Ja, und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Duett und diesmal geht es sozusagen um die allerletzte Möglichkeit, nämlich um die Herztransplantation. Ich darf Tamara Schmarb zu mir bitten. Genau, Frau Schmarb. Und, es ist auch kein Duett, sondern es ist ein Trio jetzt, Prof. Hendrik Milting, den haben Sie heute Morgen schon öfter gehört, wo ist er denn? Und Prof. René Schramm. Sie beide kommen aus Bad Oeynhausen. Herr Milting, Sie sind Gebiet Kardiologie und natürlich Genetik, haben wir vorhin auch schon ein bisschen gehört, molekulare Autopsie auch. Und Herr Schramm, Sie sind Transplanteur, Herzchirurg. Herzlich Willkommen. Und in Ihrer Mitte sitzt eine junge Frau, die transplantiert ist. Wir werden jetzt mal das Mikrofon, das müssen Sie dann ein bisschen noch umreichen vielleicht. Genau. Vielleicht, Frau Schwab, erzählen Sie ganz kurz Ihre Geschichte. Sie sind 2021 transplantiert. Wie lange hat es davor gedauert, bis man überhaupt erkannt hat, was Sie haben? Sie haben nämlich das, was wir jetzt so ganz selbstverständlich schon oft gehört haben. Ja, also das gibt es nicht nur rechts AVC, sondern es gibt auch links ALVC. Als Sie es mir erzählt haben, dachte ich, ah, das muss ganz, ganz selten sein. Da kommt nie jemand drauf, dass es das gibt. Genau so war es auch. Ja, tatsächlich ging es bei mir 2016 los, dass ich gemerkt habe, da ist irgendwie was. Ich habe Rhythmusstörungen. Ich bin dann damals zum Hausarzt gegangen. Der hat mich sofort zum Kardiologen weitergeschickt. Und dann war die Diagnose Herzmuskelentzündung. Also das ganz klassische Problem, dass es falsch eingeschätzt wurde. Nur eine Herzmuskelentzündung. Also machen wir ein bisschen Pause mit dem Sport, beziehungsweise mit der Arbeit. Sport anderthalb Jahre. Und dann durfte ich wieder loslegen. Und dann hatte ich nach einem Monat, wo ich wieder Sport machen durfte, den Herzstillstand im Fitnessstudio. Ja, und da ging es dann erst so richtig. Das war dann die heiße Phase. Da ging es dann so richtig los. Ab 2018 sozusagen. Halbes Jahr später nochmal einen Herzstillstand gehabt. Und einen Defi bekommen gehabt auch. Trotz Defi eben diesen zweiten Herzstillstand gehabt und so weiter und so fort. Eine Therapie nach der nächsten, weil immer wieder gedacht wurde, es ist eben eine Herzmuskelentzündung, irgendwann eine chronische Herzmuskelentzündung. Auf das Thema ARVC ist man nie gekommen. Und Sie selber natürlich auch nicht, weil Sie mutmaßlich auch keine Ahnung hatten. Lustigerweise hat meine Mama eine Reportage über die Selbsthilfegruppe gesehen gehabt nach ein paar Jahren. Und wir hatten es so schon mal im Hinterkopf, aber noch nicht weiter uns damit beschäftigt, weil ständig irgendwelche Vorfälle waren. Und erst 2021 im Januar bin ich umgezogen. Ich habe mir mal wieder einen neuen Arzt gesucht. Ich bin mit meinem dicken Ordner dahin marschiert und der hat sich den wirklich mit nach Hause genommen, sich durchgeguckt und kam dann nach drei Wochen auf mich zu und meinte, mich wundert es, dass bei Ihnen nie ein Gentest gemacht wurde. Dann ist der gemacht worden und ja, ungefähr vier Wochen später hieß es dann ARVC. Und ich hatte sofort wieder was im Kopf und habe mich dann eben bei der Ruth gemeldet gehabt damals. Dann war aber immer noch nicht klar, dass Sie wirklich ein Fall sind, wo eine Transplantation in Frage kommt. Das ging dann auch noch um ein paar Ecken. Hat das dann geklappt? Waren Sie in dem Zustand noch, wo Sie überhaupt transplantiert werden konnten am Anfang? Ja, also bei mir war ja immer das Problem die Herzrhythmusstörungen, nicht die Herzleistung. Aber klar, das ist ein schmaler Grad. Es muss einem schlecht genug gehen und man muss aber noch so weit fit sein, dass man eine Transplantation überlebt. Also es ist ein ganz schmaler Grad, den ich Gott sei Dank mit Nachdruck und dank Ruth und einem Arzt ja geschafft habe, noch diesen Punkt zu erwischen und dann eben transplantiert zu werden. Herr Schramm, können Sie das näher definieren, wenn eine Patientin ARVC hat, das Herz schon schwer geschädigt ist und auch sehr krank ist und es ihr sehr schlecht geht? Wo verläuft denn dieser Grad zwischen? Kann man noch transplantieren oder kann man nicht mehr? Schwierig, oder? Sehr schwierige Frage, die ich natürlich nicht wirklich beantworten kann. Ich glaube, der springende Punkt ist immer, wann führt man den Patienten in Richtung Transplantation? Und das Problem dabei ist halt eben einfach, dass wir den Zeitpunkt der Transplantation ja nicht bestimmen können, weil die Organe ja nicht frei verfügbar im Schrank liegen. Und ich glaube, der ganz entscheidende Punkt ist auch, das zu den vorangegangenen Vorträgen nochmal hervorzuheben. Also die Patienten sterben ja schon irgendwann, wenn man sie nicht transplantiert, sodass bei Patienten, die mehrfache Auslösungen hatten, die auch schon reanimiert wurden, ja die Indikation zur Transplantation eigentlich schon steht. Der Zeitpunkt ist halt eben die große Frage. Ein Zustand, wo eine Transplantation nicht mehr möglich ist, ist quasi ja eigentlich der Zustand der Reanimation oder der Organschädigung, wenn die Niere oder die Leber durch den chronischen Verlauf schon so schlecht ist, dass der Erfolg der Transplantation in Frage gestellt werden muss. Prinzipiell geht das schon und ich kann nur dafür plädieren, die Patienten frühzeitig in einem Transplantationszentrum zumindest mal vorzustellen, dass sie da buchstäblich auf dem Schirm ist oder der Patient auf dem Schirm ist, einfach angebunden zu sein. Und ich hatte vorhin auch in der Expertenrunde draußen ein ganz interessantes Gespräch bei einer Patientin, die so ein bisschen mitgenommen war, dass der Hochdringlichkeitsantrag dann nicht durchgegangen ist. Aber es ist natürlich so, man muss sich mal die Frage stellen, was würde passieren, wenn wir jetzt ein Organ hätten, würden wir dann die Transplantation guten Gewissens durchführen können oder machen. Und ich glaube, das kann man in vielen Fällen dann auch schon mit Ja beantworten, ohne jetzt die Defibrillator-Therapie oder so irgendwie in Frage zu stellen. Aber das sind alles ja eigentlich nur Palliationsmaßnahmen. Auch die Transplantation ist nicht eine Garantie für ewiges Leben, ganz klar, hat auch eine limitierte Langzeitprognose, aber unter Umständen halt eben besser als die im Spontanverlauf mit dieser Grunderkrankung. Herr Professor Miltin, kann die Genetik einen Beitrag leisten, wenn diese Frage der Transplantation im Raum steht, um da Klarheit zu schaffen? Ich denke, für die Listung für die Transplantation spielt das, ich glaube, da bin ich auch mit den Kollegen eigentlich nicht unbedingt eine Rolle, sondern der klinische Zustand ist das Entscheidende bei der Patientin in diesem Fall. Aber vielleicht, was man noch erwähnen sollte, René, das hast du vielleicht nicht gesagt, in der Tat, die Spenderorgane liegen nicht im Regal. Was passiert, wenn man einen Patienten überbrücken muss? Dann hat man nämlich gerade bei einem AVC-Patienten etwas schwierigere Konstellationen, dann mit einem Kunstherz zum Beispiel zu überbrücken. Also für diese Indikationen spielt die Genetik primär keine Rolle, aber für die Identifikation, es ist ja eben von Myokarditis schon wieder die Rede gewesen, so etwas sehen wir bei unseren Herztransplantierten natürlich sehr häufig, dass sie auch inflammatorische Zeichen haben. Das kriegen wir regelmäßig vom Pathologen zugeschickt und das ist völlig unabhängig von der Genetik. Also man kann tatsächlich, wenn man mit solchen Fällen konfrontiert ist, definitiv mehr erfahren, wenn man diese Sachen auch testet. Und das sollte man tun. Frau Schwab, Sie wollten vorher, da habe ich Sie heute Morgen nämlich unterbrochen und gesagt, Frage 2 dürfen Sie hier in der Runde stellen. Das war eine genetische Frage, glaube ich, gell? Nee, war es nicht. Die Frage habe ich aber schon gestellt in der Pause. Nee, noch eine ganz andere Frage. Und zwar, mir ist ja eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert worden 2016 und es steht nach wie vor im Raum, war das wirklich eine Herzmuskelentzündung und man hat sozusagen die ALVC dahinter nicht entdeckt oder war es eine ALVC, die sich als Herzmuskelentzündung verkleidet hat sozusagen? Kann man da irgendwie was sagen? Weil tatsächlich die Ärzte, also das ist bei mir abgeschlossen, dieses Thema. Das war halt damals und da wird auch nicht mehr groß drüber gesprochen. Ja, also natürlich kann man, ich spreche jetzt mal so ein bisschen chirurgisch, Läuse und Flöhe haben. Man kann natürlich mehrere Sachen haben und was wir natürlich auch extrem schwer einschätzen können, ist inwieweit die Inflammation zum Beispiel eine genetische Erkrankung vorantreibt. Darüber wissen wir relativ wenig. Ob das eine Fehldiagnose ist, das kann man glaube ich so nicht sagen, sondern es ist etwas, was man natürlich als allererstes vielleicht auch denkt, vielleicht auch in der Niederlassung, dass man sagt, na, das wird wahrscheinlich eine Herzmuskelentzündung gewesen sein. Vielleicht sind Sie auch gefragt worden nach einer Familiengeschichte. Wenn die negativ ist, wird man dann eher dazu tendieren, in der Niederlassung vielleicht zu sagen, das wird möglicherweise keine genetische Erkrankung sein. Wir vermeiden tatsächlich bei uns eigentlich den Begriff familiäre Erkrankung. Wir tendieren eher zur genetischen Erkrankung. Dieser Begriff suggeriert nicht, dass man auch Familienangehörige haben muss. Das ist insofern wichtig, weil nicht jede Genetik, das haben wir ja auch heute Morgen mehrfach gehört, unmittelbar mit dem Ausbruch einer Erkrankung verbunden sein muss. Wir haben gerade bei den PKP-2-Patienten ja auch häufiger mal Fälle, wo wir Angehörige haben, die nicht erkrankt sind, die dann völlig verblüfft in der Beratung sitzen und sagen, wie, ich bin Anlageträgerin, ich habe aber nichts. Und das ist dann leider auch so korrekt, das muss man sagen. Trotzdem, das ist ein Risikofaktor und keine Erkrankungsfeststellung, was wir hier machen. Ich glaube, Frau Schwab, es ist sogar bei Ihrer Familie so, dass Sie Träger haben in der Familie, aber die nicht erkrankt sind. Ich habe nochmal eine Frage, was die Transplantation anbelangt. Wenn wir wissen, da ist eine genetische Disposition da und wir transplantieren und Frau Schwab hatte Glück und es war ein Herz da, sie hat ein neues Herz, kann die Krankheit wieder auftreten? Sehr gute Frage. Wir wissen natürlich, bei den Spender liegen diese Testergebnisse natürlich nicht vor. Ich kann mich in der Tat an einen Fall erinnern, wo das Spenderorgan die Erkrankung mitgebracht hat. In der Regel ist das allerdings mit der Transplantation, zumindest mal was den Herzmuskel angeht, eigentlich erledigt. Und da müsste ich dich jetzt fragen, ich glaube, das tritt danach nicht nochmal auf. Nein, also um es klar zu sagen, die Erkrankung diesem Genotyp haben Sie dann nicht mehr, weil das genetische System des Herzens ausgetauscht wird. Aber das ist genau das Problem, was du sagst, René. Natürlich gibt es diese Fälle, wo man nach kurzer Zeit, nach der Transplantation auf einmal feststellt, oh, was ist das denn eigentlich? Das ist ja ein Herzmuskel-Phenotyp, den wir dort beobachten nach der Transplantation. Wir haben aber in der Regel keine Informationen über die Genetik der Spender. Das ist der Punkt. Aber das ist für die Patienten, finde ich, immer eine wichtige Information, weil die Frage kommt oft. Mit der Transplantation verliert man auch das Gen, was damit assoziiert war mit der Erkrankung. Also das ist keine genetische Information, die in unserem ganzen Körper gespeichert ist, sondern nur die Genetik des Herzens. Nein, das ist dann das genetische System des Spenders, was dann hier aktiv ist. Die Krankheit ist dann nur in meinem Herzen und wenn das Herz transplantiert ist, ist sie weg. Richtig. Ich würde gerne noch mal auf Ihre Geschichte am Ende kommen, Frau Schwab. Sie haben mir am Telefon einen Satz gesagt, der heißt, ich glaube, ich sollte das schaffen. Ja. Woher nehmen Sie diese Zuversicht? Also die Wahrscheinlichkeiten bei mir, also ich übertreffe ja jede Statistik gefühlt. Alleine, dass ich diese zwei Herzstillstände, beim ersten Herzstillstand bin ich 45 Minuten lang reanimiert worden. Die Wahrscheinlichkeit, die lag wahrscheinlich bei, keine Ahnung, drei, vier Prozent, dass ich das so überlebt, wie ich es überlebt habe, und zwar ohne bleibende Schäden. Zufälligerweise war ich jetzt beim letzten Vorfall dann auch in München, wo ich sowieso schon die ganze Zeit behandelt worden bin, habe zufälligerweise eben Ruth kennengelernt und so weiter. Es waren immer wieder so glückliche Zufälle, die mir den Mut gegeben haben und das Vertrauen gegeben haben. Ich glaube, das soll so sein und ich weiß, das wird gut gehen. Also ja, es waren ganz, ganz viele Momente. Das ist jetzt nur ein Bruchteil von Momenten, die ich so erlebt habe in der Krankenphase, die mir einfach das Vertrauen gegeben haben. Das wird gut gehen. Kann man das lernen? Also es ist ja das Thema Resilienz oder es ist ein Teil des Themas Resilienz. Und ich versuche das ja auch mittlerweile Menschen beizubringen, in Form von Workshops, Vorträgen und so weiter. Ich glaube, also diesen Sinn in etwas entdecken, das ist wahrscheinlich das Höchste, was man lernen kann bei dem Thema Resilienz. Vielleicht ist das auch ein Stück weit mit, hat man das einfach oder man hat es nicht. Aber es gibt noch meiner Meinung nach viele andere Punkte, die man selber in sich stärken kann, um mit herausfordernden Lebenssituationen besser umgehen zu können. Herr Schramm, ich glaube, solche Botschafterinnen für die Organspende wünschen Sie sich mehr, oder? Absolut. Wie ich schon sagte, wir würden wahrscheinlich viel mehr Patienten auch mit ARVC, natürlich auch alle anderen herzkranken Patienten, frühzeitiger transplantieren, transplantieren wollen, wenn es mehr Organe gibt. Das heißt, Deutschland ist sicherlich eine Ausnahmesituation. und wir machen uns das Leben im Rahmen der Erkrankung besonders schwer durch, eben diese Freizügigkeit, keine Entscheidung treffen zu müssen. Ich glaube, da müssen wir alle zusammenarbeiten an vielen Fronten. Das ist sehr, sehr schwierig durchzusetzen. Aber vielleicht gibt es ja noch mal eine Wiederauflage der Diskussion um die Widerspruchslösung. Und auch darüber hinaus gibt es ja noch weitere Ideen, die man unter Umständen vorantreiben kann. Aber das ist der Dreh- und Angelpunkt in der Versorgung dieser Patienten. Aber um es trotzdem auch noch mal ein bisschen einzuordnen, wenn wir jetzt die große Gruppe, die kleine Gruppe, innerhalb der großen Gruppe der Herzpatienten und Patientinnen, aber doch die große Gruppe der ARVC-Patienten und Patientinnen anschauen, für wie viele ist denn überhaupt dieser Gedanke Herztransplantation irgendwann eine Option oder muss der gedacht werden? Also über wie viele reden wir? Kann man das irgendwie einordnen? Wie viele trifft das? Ich habe unsere Warteliste mal angeguckt. Die ist ja in Oeynhausen relativ groß. Da haben wir einen einstelligen Bereich an Patienten, die mit einer ARVC dort gelistet sind. Wobei das natürlich jetzt so ein bisschen trügt, weil die Patienten, die mit einer ARVC dann letztendlich irgendwann dann doch mal bei uns vorstellig werden, werden relativ häufig über den Hochdringlichkeitsstatus relativ schnell transplantiert. dass wir eigentlich unterm Strich wahrscheinlich mehr ARVC-Patienten pro Zeiteinheit transplantieren, als wir das jetzt so rein von der Wartellistenbetrachtung her denken. Und wie ich schon sagte, wenn man sich diese Studien, die vorhin auch gezeigt wurden, anschaut, ich meine, die Patienten mit ARVC sterben dann schon im Langzeitverlauf, auch wenn es nicht nach ein oder zwei Jahren ist. Und wenn die Rechtsherzfunktion deutlich eingeschränkt ist, dann ist es eigentlich eine Frage der Zeit, bis die Niere und die Leber dann irgendwann auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dann ist das Langzeitergebnis nach der Transplantation halt auch schlechter. Dann ist die Transplantation zwar schon noch möglich. Also ich glaube, man sollte frühzeitiger insgesamt den Weg dahin bahnen. Das heißt ja nicht notwendigerweise, dass es dann sofort durchgeführt wird. Aber auch das Ergebnis nach der Transplantation ist dann deutlich besser. Ja, dass man einfach es mitdenkt, ob es nun dann eintritt oder nicht. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen dreien, Professor Milting, Professor Schramm und Frau Schwapp. Dankeschön. Applaus Applaus Vielen Dank.